Alter, das ist mir echt ein bisschen schnell hier, dieses Geflitze. Oh, jetzt häng ich fest. Scheiße. Ich häng fest hier. Hilfe, Gretchen! Wenn du als Srrr spielst, hast du keine Zuliffe auf das Inventar und kannst keine Zeichen verwerben. Das war knapp. Ich muss hier weg. Mäuschen, hallo. Ich bin ja Pfati. Phantom. Ist das ein Gretchen, oder? Das ist das bestes Game. Donald Rugg, oder? Geiles Game, ne? Jetzt, wo der Charakter da ist. Besser geht's gar nicht. Es ist nur ein Gretchen. Ich will hier nicht sexistisch wirken. Tchou. Oh, oh. Oh, wie sie rennen. Die graziert und springt. Oh, je, 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 je. Ein Wolf. Oha, Junge. Die flitzt aber richtig hier, oder? Guck mal. Oh, hu. Kann es sein, dass ich mit der Besserkämpfer als mit... Der Film ist super. Den Film kenne ich nicht. Also den habe ich noch nie gesehen, den Film. Kannst wieder runterkommen. Ist aber zu empfehlen, ja? Piero. Aber ist ja schön, dass von den drauenen Zuschauern noch welche schreibfähig sind. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Oh, ist das niedlich. Serie, äh, oder Serie. Nein, ich verirre mich nie. Ja. Aber auch nur ein bisschen. Du meinst, du weißt, wo es lang geht? Nicht ganz. Noch nicht. Aber zusammen finden wir den Weg bestimmt. Was ist dir denn passiert? Eins, zwei. Das? Drei, vier, fünf. Ist gar nichts. Was machst du denn hier? Erzähl mir doch, wo du wohnst. In Lindenthal. Da wird man deine Wunden versorgen. Oh, die sind verniedlich, ey. Gute Idee, ich bringe dich zurück. Wie kamst du hierher? Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Emi, gleich mal ein bisschen. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich ein Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Ja, der Wiesnischen schreibt gerade. Oder das Wiesnischen schreibt gerade. Der, die das... Ein kleines Mädchen alleine im Wald. Die ist komisch. Ich glaube, sie bringt dich gleich um. Es ist schon... Warum denn süße Pfad folgen? Warum dem süßen Pfad folgen? Weißt du noch, wie du nach Hause kommst? Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm. Ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verbringen. Wir können nicht heim. Ach so, das können die ja nicht wissen, dass man keine Kinder verlieren darf. Schau, was ich auf dem Rücken habe. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm. Ich helfe dir hoch. Und ich hätte so eine geile Synchron-Sprecher-Stimme. Die Stimme ist so geil. Setz den Traum. Setz den Traum. So, Mädchen. Hilfe! Was? Schnell, versteck dich. Junge, voll viel. Oh, da kann ich noch ein bisschen. welche ich grüße ich dominik grüße meiner könnte noch viel mehr ach so dass miche läuft auch nicht da ja wer rennt denn da bei mir alles super dominik ich hoffe bei dir auch ich sammle hier natürlich die quarters allein weiß ich nicht ob das nicht was bringt wenn sie sich auch festhalten da hätte ich hier vielleicht nicht runterspringen kenne ich auch nicht das was ich eingesammelt habe irgendwo verzehren also bei mir gibt es nichts neues dominik bei dir oder gibt es mir was neues bleibt hier nicht weiter nichts aber bleib hier ich muss mir was ansehen auge kopf brust bein auch bauch beine blut unterlaufen aber noch feucht noch nicht lange tot wie gehen wir nicht der reihenfolge nach brust zerschmettert lunge wohl von den rippen durchbohrt etwas hat ihn gepackt und gegen den baum geschmettert spielt die auch in der serie mit vanetta mal sehen oh die leber ist weg warum wühlst du in seinem bauch würdest du mal nach deinen schnürsenkeln sehen das bein abgerissen nein abgebissen das ist furchtbar bleib da und sie weg weißt du nicht was ist das der fahrt hier ist ein bisschen verliebt gerade ne interessant die ist hübscher und schöner als die jennifer oh kühlen zunge zerbissen große schmerzen vor dem tod ok den wolfskönig gibt es wohl wirklich aber er ist ein werwolf ja jetzt werde ich das tun er hatte einen unfall wenn sie nicht in den vorkommen fall ist das war der wolfskönig seit wann sind kinder so schlau immer noch so boys ich hab kein silber aber kann klingen ich hebe mir den keks für das nach rauchen auf ja und das wasser ich weiß wenn man danach geht dann komme ich nie dazu da ist es immer schneller du bist klug woher weißt du so etwas von deinem vater nein von meinem onkel onkel wesemir So, Folge Gretka. Ich folge Gretka, Zen findet Yen besser. Der Zen ist ja auch, steht auf schwarze Haare. Ist ja klar, dass er die besser findet. So, Kräuter. Keine Ahnung, ich sammle sie nicht ein. Was gibt es sonst Neues? Ja, eigentlich nichts, wenn ich so überlege. Ne. Eigentlich gibt es wirklich nichts Neues. Es kann aber auch mal ein bisschen geliked werden bei TikTok. Das könnte was Neues geben. Ich rauche gerade. Wülfe. Ja, super. Das ist mir echt ein bisschen schnell, dieses Geflitze. Oh, jetzt häng ich fest. Scheiße. Ich häng fest hier. Hilfe, Gretchen. Töte mindestens fünf Gegner in weniger als zehn Sekunden. Danke fürs Liken, ihr Süßen. So. Süßes Liken. Nicht hier. Ich sammle es einfach mal auf. Wo ist sie denn da? Jetzt reicht's mir langsam! Alles beim Alten ist auch nicht verkehrt. Nöööööö. Manchmal ist es besser wie nicht, wenn es nichts Neues gibt. Lieber nichts Neues als schlechtes Neues. Ah, Vanita, Dankeschön. Aber was reicht ihr denn? Ja. Manchmal die Kinder. Manchmal gehen sie auch selbst. Und kehren sie zurück? Nein, warum auch? Am Ende des Weges gibt es genug zu essen. Können wir mal ein bisschen schneller gehen? Patsching. Oh, ja. Was blottert ihr denn so beim Gehen? Ja, geht's für gute Bedies. ja schnell das kind soll vorangehen das ist ja nicht das machen die irgendwie öfter was macht die jetzt ich soll ihr doch aber folgen aber sie geht halt auch einfach gar nicht danke schön für die Likes wow der ist aber groß kein Ding kein Ding was soll ich anderes sagen da ist er wieder mit der Potschilter Gretka 3K kenn ich wir müssen zum Dorf wir haben im Wald eine Leiche gefunden wir kamen aus Mittelhain als das Vieh angriff ja ich weiß die kleine keine Details Gretka kenn ich auch ja ja stimmt ja er ist auf Werbung gemacht hab dir Verbandszeug zu Hause und Brandwein leider habe ich ein zwei Hieber abgekriegt nein Fräulein doch mein Herr ist ein mächtiger Mann der hilft dir bestimmt vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat na schön bring uns zu deinem Herrn super Mika ein einige Stunden später sie ist wie ein Schwein selbst das ist wunderschön wen hast du denn da angeschleppt Mann das ist nicht meine Tochter egal jetzt nein verdammt ich kenne doch mein Kind die große mag nicht deine sein doch die Ähnlichkeit ist verblüffend 4 5 also was ist mit der Belohnung du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen verschwinde sonst werde ich die Hunde loslassen Puff was essen die da genau ich seh es nicht schmeckt der Eintopf sehr gut danke lange nichts gegessen offensichtlich schön dass es dir schmeckt dann wartet ein Bad nach dem Essen und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen und du im Gästezimmer gegenüber der Küche danke ich iss jetzt wir reden wenn du ausgeruht bist und nein das erzähle ich dir ein andermal und n Ö ich will ich muss sie finden verstehst du ich brauche jede noch so kleine Information verstehe aber du musst wissen Meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Und wenn ich ablehne, weil ich einfach nicht will? Du würdest mich hängen lassen? Nur zu. Ich lasse dich dann auch hängen und wir sind zwei hilflose Hänger mit leeren Händen. Recht hat er. Wenn ich vor, es wäre deine eigene Tochter, dann müsste es schnell gehen. Wie hat das von das gerannt? Dieser Mann steht unter meinem Schutz. Niemand darf ihn belästigen. Klotz nicht so. Wachsen mir Hörner? Nimm's als Zeichen meines guten Willens. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Danke für die Likes. Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Hast du sie schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Außerdem, wählen besteht nur aus Sumpf und Wald. Nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise. Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Seiten. Äh, Tienchen, danke schön für deine Likes. Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschwunden. Hallo, Tienchen. Neue Quest. Folge dem Baron. Baron, Baron. Folge dem. Warum macht er die Tür zu, wenn ich ihm folgen soll? Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Ist er besoffen, oder? Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Schon gesehen, ja. Entschuldigung, ich, äh, äh, schreibe ihm morgen, morgen Vormittag. Mama, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich ziehe ihm die Haube. Gerade ihm würde es nämlich tatsächlich etwas geben, was ich ihn gefragt hätte, wäre er es schon. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Nein. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Mika, dankeschön für den Lörg. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Was ist denn Schnittblumen? Ne, ich meine, ich hätte ihn jetzt was fragen können, wenn er es schon wäre, weißt du? Wenn ich schon dabei wäre, weißt du? Das schreibe ich gleich mal so dann. Ach, nichts durcheinander bringen, aber klauen geht, ja? Aha. So, 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 so. Ach ja. Dankeschön für's Teil. Mika, was gibt's denn das? Mika, hast du mir jetzt bei Twitch ein Lörg gemacht? um zu TikTok wieder zu gehen? Okay. Da, da ist was? Okay. Da ist ein Sack. Sack, Junge. Säcke. Da ist noch ein Ding. Das ist nichts. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Das ist schlecht, wenn der Schaft gebrochen ist. Von der Kerze. Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Das Bild. Die Größe stimmt. Die Wand sieht anders aus. Ja, ja, okay, komm. Ja, 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 ist gut. Das ist hier nichts, ne? Doch, da. Ah, ja, 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 ja. Ja, da wurde hier doch was überdeckt. Nimm das mal weg. Das kann sein, Egi, jawohl. Das Loch verborgen hat. Und was auf der anderen Seite ist? Ich will es ja. Ja, ja.